ARD Text im Auftrag des ZDF Männer, wir machen dich stark! Die sind so blind und wir machen dich stark! Das kann nicht sein, ey! Mit jedem einzelnen Fehler, mit jeder Position, die wir an den Einheit, was wir vorher ausgemacht haben, 0,0! Wir machen unser gutes Spiel am Anfang kaputt! Selbst kaputt! Wenn wir so weitermachen, fahr mal nach Hause! Es kann nicht Spaß sein, ey! Es kann echt nicht Spaß sein! Okay, Männer, was haben wir gesagt? Was brauchen wir außen? Auf der letzten Höhe, hier und hier, brauchen wir breite! Was ist hier? 0,0! Wir machen es nicht zu einfach! Zu einfach, um den Fall zu verteidigen! Wir haben keine Tiefe! Hier, von hier rein! Das kann nicht wahr sein, Männer! Das kann nicht wahr sein! Und dann sind wir bei den Ballen hier! Lasst sie von der einen Seite auf die andere Seite! Von der einen Seite auf die andere Seite! Lehen sie euch zurecht! Aber selbstbewusst, Männer! Ich glaube, es geht los hier! Wir spielen eine Weltmeisterschaft! Und wir müssen Druck drauf kriegen! Druck drauf kriegen! Dann drehst du langsam! Hier richtig drauf! Jeder investiert nochmal alles, was er drin hat! Und wenn er nicht mehr kann, darf er gerne die Hand geben! Dann haben wir genügend Spieler draußen! Okay? Jeder Einzelne! Wir können jetzt hier sitzen mit zwei Toren, drei Toren Vorsprung! Ja? Und können das Ding runterspielen! Aber jetzt müssen wir zeigen, was wir haben! Das liegt an euch, Männer! Das liegt an euch, ganz alleine, den Charakter zu zeigen! Okay? Okay, Männer! Okay, Männer!